Hier zeige ich euch wie man die Lüfter in Stufe tauscht, wenn das Gebläse macht was es will oder gar nicht mehr läuft. Erstmal müssen wir drei Schrauben von der Verkleidung entfernen, eine rechts vom Lenkrad, eine links davon und eine rechts unten im Fußraum. Die Fußraumbeleuchtung muss auch raus. Dann die Verkleidung einfach etwas unromantisch runterziehen, auf dieser Seite ein bisschen vorziehen und vielleicht mit einem Schraubenzieher nachhelfen, weil da sind zwei Klipse. Dann muss noch der Lüfterkanal ausgebaut werden, entweder man macht es so rabiat wie ich oder man zieht zwei kleine Kunststoffpins raus, die ich erst danach entdeckt habe. So kommen wir hinten auch jetzt leichter an den Eagle ran und als erstes müssen wir da einfach den Stecker abziehen. Da warten dann zwei Torx Schrauben auf uns, die wir auch schnell raus drehen. Wenn beide Schrauben draußen sind, kann man ihn einfach aus dem Gehäuse ziehen und durch den neuen ersetzen. Das Aussehen ist hier natürlich egal, Hauptsache das Datenblatt stimmt und die Steckerposition und die Schraubenlöcher. Natürlich erst festschrauben, dann den Stecker rein, also umgekehrte Reihenfolge. Den Lüfterkanal wieder einbauen und die Kunststoffklipse nicht vergessen. Die Klappe schließen und die Klipse einrasten lassen. Die drei Schrauben nicht vergessen, sonst fällt euch das Ding bei der nächsten Fahrt auf den Schoß. Und schon sind wir fertig, die Lüftung läuft wieder und alle sind zufrieden. Liked das Video, wenn es dir gefallen hat, abonniere den Kanal, wenn du noch mehr Videos sehen willst oder schreib in den Kommentaren, wenn etwas unklar war. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.